Unser Bio-Milch und unser Bio-Betrieb erzeugt einmal das Wichtigste von Eis und das ist die ausgesprochen gute Milch. Und wir versuchen daraus mit frischen Früchten und viel Liebe mit einer gescheiten Eismaschine ein anständiges Produkt zu erzeugen. Wir haben eben das normale konventionelle Eis, wo aber auch Bio-Milch und Bio-Raum und Bio-Zucker und Bio-Einbar drin ist, wo nur der Binder eben nicht Bio ist. Wir haben dann eine Palette mit 100% Bio-Eis, da gibt es aber nur 12 Sorten, auf der anderen Seite gibt es 50 Sorten und dann das Ziegen-Eis, das immer 100% Bio ist. Bis zum nächsten Mal.